Schöne Kombi für euch hier Red Devil noch nie gezeigt glaube ich und Tisona geht immer dann hauen wir mal hier 80 auch beim Tisona rein und hoffen auf die Free Games. Ja viel Spaß Leute. Red Devil habe ich noch nie gezeigt. Das ist glaube ich mit so einem jetzt schade. Das ist mit so einem Flieger der dann alle wälz runter knallt glaube ich. Da ist es so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss sagen, von der Optik von den Walzen her und vom Hintergrund ist das Red Devil eigentlich ein cooles Spiel. Spielt man eigentlich selten. Wir haben nie gesehen, dass das so jemand gespielt hat in der Spielung. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Na ja, hat er nur die Devils gezahlt. Na ja, macht nix. Nochmal. Aber nicht schlecht eigentlich. Nicht ganz gut. Ich hätte so nochmal was abgreifen hier. Fünfmal da wäre 32. Schön. Klingeln. Immer gut. Einmal klingeln. Bitte. Sehr schön. Na ja, muss die Zone nochmal ziehen, ne? Ja, muss die Zone erkennen. 更ä Fische. Da. 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 Ich finde den echt witzig, den Red Devil. Jetzt sind drei Flugzeuge gekommen. Steht da irgendwie bis wieviel da kommen? Ne steht nicht. Aber cool. Cooles Spiel. Red Devil. Ich habe einmal in der Spiele gesehen, dass das jemand gespielt hat. Ah, Tizona soll noch mal kommen. Schade. Witziges Spiel. Gefällt mir. Jetzt kommen wir auch rein. Rechte, fünfte Walze sind ja ganz dicht zwei hintereinander drauf. Wobei meine These ja eine ganz andere ist, aber die verrate ich jetzt nicht über diese Walzenspiele. Ich vermute ja, dass die jedes Mal neu berechnet werden, die Walzen. Das heißt, dass es gar keine gleichen Bilder gibt. Was das Auge natürlich niemals merken würde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das heißt, ich weiß jetzt nicht. Das heißt, ich weiß nicht. Ja, das haben wir doch noch geschafft. Dann haben wir schon zweimal, dreimal Freispiele jetzt. Hoffen wir mal auf den Tisona jetzt hier. Endlich mal wieder ein Goldschwert. Ich glaube, ich war seit Monaten nicht mehr mit dem Goldschwert. Und ich spiele ja doch ab und zu mal. Ich habe es auch hier auf drei Kisten jetzt drauf in Tisona. Und nee, Quatsch, auf zwei habe ich es hier, habe ich ihn nicht drauf. Rechts habe ich ihn nicht drauf, aber es ist echt bitter, Leute. Ich glaube, ich habe seit Ewigkeiten keine Goldschwerte mehr gesehen. Bitter, da unten hängen die vier Burgen drin. Zittere Geschichte, Leute. Aber wir schauen noch ein bisschen weiter. Was soll's? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Jetzt geben sie beide recht gut, schönes Video schon Hier haben wir noch 18er drin, jetzt 15, jetzt 32 hier, toll. Das ist mein Neon, der in der Hintergrund läuft, Leute. Das ist leider der Münz schon kaputt, den habe ich jetzt bestellt. Oh, kostet auch wieder Geld zum Münz. Da sind die Relais unten bei den Auszahlschiebern defekt und ich kann nicht, dann geht er immer auf Störung, Vorbahn. Spielen kann man, aber wenn er halt auszahlt, ist es halt schlecht. Aber der Turm kommt, der ist schon bestellt. Das wird gut. Die Störung ist gut. So jetzt nochmal Freispiel im Red Devil, komm einmal noch die Walz durchballern und dann machen wir Pause, machen wir das nächste Video. Vielen Dank. So, haben wir es nochmal, wenn wir überschritten werden. Bis zum nächsten Mal, ich gebe jetzt noch Gas, ich habe noch Bock auf zocken. Bis zum nächsten Mal.